Die Pubertät. Die Pubertät war übrigens bei mir ganz schlimm. Mit 15 Jahren ganz viel Pickel, ganz komisch. Die Nase war größer als der Kopf. Wirklich, da habe ich die Haare wachsen lassen, damit es so ein bisschen nach hinten zieht. Optische Täuschung. Und Pickel überall, das ist auch nicht so, mit 15 ist eine halbe ist nichts ganzes. Sieht aus wie Frankenstein, will ich aber Schneewittchen schwängern. Das ist so. Und dann vorher noch die Aufklärung. Da gibt es welche, ich weiß es doch, da gibt es welche, die sagen noch zu ihren Kindern, ja der Storch bringt das Baby. Da frage ich mich, was sagt der Storch seinen Kindern? Also wenn Mama Storch und Papa schon sind dann verliebt und sagen, ja, irgendwann kommt der Reinhold Meister. Seht ihr den Schornstein hoch, legt er eins, ne, so ist es bei uns. Ne, also bei mir war ja die Aufklärung ganz anders. Ich erzähle euch mal von vorne, wie ich aufgeklärt wurde, ganz anders, von meinem Vater, türkischer Vater. Der ist jetzt zwar im Himmel, aber der lacht sich gleich kaputt, weil es die Wahrheit ist. Ich darf es auch erzählen, die Geschichte, ne, das war für meine Mama. Die war nicht vorbereitet, dass ich so frühreif war. Deswegen, Mama, ich weiß, meine Mama hat gesagt, wenn du das erzählst, dann will ich aber 10 Prozent. Und das kriegt sie. Jetzt, pass auf. Ich fange von vorne an. Ich war frühreif. Ich war so sieben, acht Jahre alt. Aber das ist krass, wie er reagiert. Eigentlich so relativ so cool, so hier in Monheim. So nach dem Motto, ach, bunt, normal. Ne, pass auf, ich kann mich auch anpassen, ne. Es gibt ja Städte, da rauen in die Richtlinie, so sieben, acht, ja. Aber okay, pass auf, ich, ne, da muss man eben für Mannheim spielen, also für Monheim. Ich date das Programm ab, ich setze es noch mal an. Ich war frühreif. Ich war so drei, vier. Seht ihr, jetzt habe ich euch. Jetzt habe ich euch. Na ja, also war auf jeden Fall früh genug, sagen wir mal so. Früh genug. Ich weiß noch ganz genau, ich habe einen Schlafverzug angehabt. Das ist wirklich passiert. Und ich versuche das wirklich ARD-mäßig und kindergerecht hier zu erzählen, okay. Das ist wirklich, dass die Eltern sich nicht fremdstehen müssen. Also ich versuche es wirklich kindergericht zu erzählen. Ich wache morgens auf, mit einem Zelt. Ja, guck mal, wenn, wenn heute, das habe ich gedacht, ich bin krank, aber wenn heute so ein Jugendlicherzeit, pass mal auf, ich kläre dich auf, der sagt halt, dein Groschvater, ich mache es selber, der guckt auf YouPorn, äh, YouTube. YouTube und dann guckt der Zelt aufgebaut, wie baue ich es wieder ab? Das gab es früher nicht in meiner Zeit. Als ich Kind war, gab es kein Internet, nichts. Gab es nur die Heizung. Meine Mutter hat damals das Bett direkt neben der Heizung gestellt. Wisst ihr noch, diese Heizung mit der Rille? Ja, und die Männer verstehen mich. Wenn da morgens falsch aufwascht. Leute, ich bin steckig gebliefe. Ah ja, ich sage die Wahrheit. Ihr lacht, ich habe die Heizung mit rausgerissen. Ich weiß noch, wie die Mama die Handwerker geholt hat. Oh Gott, nicht mit der Heizung da vorne, wech. Ich war ja so geneigt, ne, weil die Heizung war ja schwerer als ich. Was ist denn da los? Der ist steckig geblieben, mit der Heizung. Na ja, müssen wir raus, die. Da haben die Handwerker mit meiner Mutter so, auf, zieh den Türk, zieh. Und dann macht's so, pfup. Aber einmal, das erste Mal bin ich nicht so aufgewacht, da bin ich wirklich so aufgewacht. Das war das allererste Mal, das allererste Mal. Also auf jeden Fall bin ich, ne, auf jeden Fall bin ich, und ich hab wirklich gedacht, ich bin krank, Leute. Ich hab echt gedacht, ich bin krank. Ich hab mich ja keiner aufgeklärt, nix, gab da nix. Also bin ich in die Küche, stand meine Mutter, jetzt pass auf, es ist wirklich passiert. Mama, ich erzähle das jetzt, Achtung, die lacht sich jetzt gleich kaputt, pass auf. Ich steh so vor meiner Mutter, Mama, also natürlich Schlafanzug drüber, ne. Mama, ich bin krank. Jede normale Mama, würde doch sagen, Bub, beruhig dich, setz dich hin, falls es geht. Ich erklär dir das. Was macht meine Mutter? Also, ich sieh, das Zelt macht so, ui, 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 den Rettweg. Ah, das kannst du nicht machen. Mama, das kannst du nicht machen. Da lacht sie jetzt. So macht sie. Da, ui, 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 hast ich gemacht. Wer macht denn ui, 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 außer meine Mutter? Samsung von der Sesamstraße, ui, ui, ui. Na, ist sie weggerannt, ich bin so hinter ihr Mama. Ja, das Bild kriegt ihr nimmer aus dem Kopf. Wie gesagt, wenn ich sie heute erzähle, verreckt sie vor Lacher. Sagt sie, komm, Bühlen, so war ich nicht. Dann sagt sie, Mama, ich weiß doch, wer vor mir stand. Ich hab dann damals zu ihr gesagt, Mama, soll man vielleicht mal zum Arzt gehen, oder was, wenn du keine Antwort hast? Und sie so, weil sie so, sie war nicht vorbereitet, es war ihr zu peinlich. Hat sie wirklich gesagt, ja, da gehen wir vielleicht zum Arzt. Aber wie peinlich wär das gewesen? Und was hätte der Arzt mir verschreiben sollen, Eiswürfel? Ich hab sie gerettet, ich hab dich gerettet, Mama. Vor dieser, doch. Ich hab dann, also aus Versehen, ich hab sie gerettet, und zwar vor dieser Peinlichkeit. Ich hab dann den Vater, hab ich gesagt, so meine Vater fragen. Und sie so, ja, du fragst, der Vater. Und weg war sie, Roadrunner. Ich also zu meinem Vater, türkischer Papa, damals. Ich so, Papa, Ich hab ein Problem. Was Problem? Da überlegst du dir als Kind, ob es noch erzähle soll ich. Aber, Monem, ich hatte Eier. Und dann hab ich gesagt, Papa, da unten, da bewegt sich was. Welche Richtung? Heißt er, nach oben, nach oben. Aha, 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 aha. Und damals in der Küche, im Radiolief auch noch da, da, da. Kennst du das noch? Und jetzt kommt die Aufklärung von meinem Vater. Ach, dann sagt mein Vater zu mir, Wann passiert? Wie meinst du das, Vater? Wann passiert mit der Fahrstuhl? Wenn du Frau siehst? Und ich so, ja. Und er so, Halla, Halla. Applaus an meinem Baba. Puh. Dankeschön. Schön, oder? So war alles. So war's. Und dann haben wir Bonanza geguckt. Dann kam meine Mutter dazu und hat mir gesagt, alles gut. Sagt mein Vater, ja, Enkelkinder gesichert. und dann nochmal mal mal ein. Okay. Okay. Heißt,